Wir haben Sonntag, den 18. Dezember 2016. Es ist 0.15 Uhr in der Nacht und mein YouTube-Kanal BernhardTV hat 307 Abonnenten und 45.600 Klicks, liebe Leute. Wie ihr gemerkt habt, ich bin nicht zu Hause. Ich bin in meiner zukünftigen Wohnung, auch genanntes Marriott Hotel in Frankfurt. Ich bin am Arbeiten hier, aber sogar wenn ich arbeite, liebe Leute, mache ich dieses YouTube für euch. Liebt mich, liebt mich dafür, dass ich das YouTube für euch mache. Ihr müsst jetzt noch mehr abonnieren. Guck mal, guck mal, wo ich hier bin. Ich bin im Himmel. Ich bin hier im VIP-Raum, weil ich das kann. Der König, der rechtmäßige König von YouTube hat es verdient, im VIP-Raum zu sein. Guck mal, guck mal hier. Eine Maschine, nur für den König. Ich kann das machen, ich kann so machen, wie ich will. Ich kann Kaffee machen. Hier, guck mal. Munition, Kaffee-Munition ohne Ende. Schwarzes Gold, liebe Leute. Der König ist reich. Guck mal hier, Zucker. So viel Zucker, wie ich ihn will. Es landet später alles bei mir zu Hause, ist doch klar. Und hier, Tee, ja. Wenn ihr Frauen seid, könnt ihr auch Tee trinken. Aber jetzt kommt das Prunkstück im VIP-Raum, liebe Leute. Guckt, guckt hier. Die haben mir Süßigkeiten hingestellt, ja. Ich krieg Süßigkeiten hier, so viel ich will. Guck mal. Guck mal, ich mach so. So. Guck mal. Los für mich. Und das Beste ist, ich werde dich später hier reinpacken. in meine Tasche rein tun und nach Hause gehen, als wäre nix passiert, ja. Guck mal. Fruchtgummis, Pepsi in Flaschen, in Flaschen, liebe Leute. Das ist der Shit des Königs. Ich krieg Pepsi in Flaschen. Ja, es ist wunderbar. Guck mal, mein Flat Screen, den die mir geschenkt haben. Ich kann nicht chillen, wenn ich arbeite. Das ist der Konferenzraum. Da sage ich den Leuten immer, was sie zu tun haben, ja. Draußen ist eine Veranstaltung mit 800 Leuten. Die tanzen, die machen Spaß. Hab ein bisschen gefilmt. Ich hab auch chillisch hier und leb mein Leben. Ja, ich krieg Geld dafür. Das ist der beste Job der Welt. Ich sage euch eine Sache, Leute, ja. Was mir aufgefallen ist. Wenn die tanzende Leute filmen mit einer Kamera, ja. Sobald eine Kamera im Spiel ist, Alter, die denken, die sind Superstars. Die fangen an, auf Dirty Dancing zu machen. Es ist der absolute Shit. Sobald eine Kamera auf diese Leute geht, ja. Die machen die krassesten Dance-Moves. Jetzt wird der Teufel die jagen, Alter. Das ist das Lustigeste aus der Welt, kann ich euch sagen. Ja, ich wollte mich schon mal melden. Hier, guck mal. Als Beweis, wo wir sind. Ja, film, film das mal. Kannst du das groß machen? Ich hab voll den krassen Kameramann heute am Start. Hollywood und so. Guck mal, das Logo, ja. Damit ihr mir auch glaubt. Guck mal. Guck mal, wo wir sind, Alter. Ja. Du kannst leider nicht rausfilmen, weil... Oder ganz so. Mach einfach. Egal. Mach einfach. Auch wenn sich so spiegelt. Sieht man die Messe? Ja, wir sind direkt an der Messe in Frankfurt, liebe Leute. Ja, es ist wunderbar. Draußen sind Autos und Puffs. Oh, der Straßenstrich ist um die Ecke. Ich werde gleich auch, ähm, vielleicht, äh, ein paar Prostituierte besuchen. Und nur zu Interviewszecken, liebe Leute, ist doch klar. Ich werde sie fragen, ob sie schon Barnard kennen. Und ob sie ein Autogramm wollen. Und, äh, natürlich hier, diese ganzen Löffel, die werden wir mitnehmen. Aber nicht, dass ich wieder eine Anzeige kriege. Ich darf das, liebe Leute. Ich bin der König von YouTube, ja. Der Rechtmäßige, ja. Äh, wir machen jetzt ein Gewinnspiel, ja. Wenn ihr jetzt, äh, Zehn Kommentare postet, ja, unter das Video, das noch nicht draußen ist, kriegt ihr auch so eine Tüte von mir, ja. Also ich mein, ich poste das Video und der Erste, der, sag mal ein Gewinnspiel, irgendwas. Der Erste, der, äh, nennt mir die Hauptstadt von, die Hauptstadt, äh, von, äh, Portugal. Von Port, das ist doch voll. Egal, ey, scheißegal. Nennt mir die Hauptstadt von Portugal, ja. Und der Erste kriegt von mir, ich mach hier eine Tüte voll, damit, ja. Mit Fruchtgummis und die kriegt er von mir, ja. Die muss er bei mir abholen. Ich schick sie bestimmt nicht bei Post, weil das vergammelt, ja. Wenn ich das Video rausbringe, hat er eine, äh, hat er, hat er eine Stunde Zeit, das bei mir abzuholen. Wenn er aus Frankfurt kommt, kann er machen. Kriegt er von mir. Der König ist gütig, hart aber unfair, wisst Bescheid. In diesem Sinne, die Flaschenöffner hier nehme ich auch mit. Ja, das ist doch wohl klar. Das, äh, alles wird jetzt eingesteckt hier. Und, ähm, die nehmen alles mit, wenn wir gehen, ja. Haut rein, liebe Leute. Guck mal, was ich habe. Kennst du das? Kennst du das, DJI? Das ist der Wahnsinn, Alter. Das, das habt nur ich, das kriegt nur der König. Alle anderen, die funktionieren nicht. Ich habe DJI gesagt, wenn ihr das auf den Markt bringt, dann soll meins funktionieren und der Rest nicht, ja. Und die haben gesagt, okay, König, gerne machen. So, äh, liebe Leute, wir haben jetzt, äh, schon, äh, spät, ja. Ich gehe jetzt wieder weiter. Die tanzenden, äh, Menschen da filmen, ja. Weil die, die stehen auf sowas, ja. Die, die haben ein gutes Gefühl, wenn ich das mache, ja. Die fühlen sich hübsch und attraktiv, ja. Das ist eine tolle Sache, sag ich euch. Und, äh, wir sehen uns dann wieder, wenn ich nicht arbeiten muss. Zur gewohnter, äh, Zeit. Mit meiner Shisha. Ich vermisse meine Shisha, ja, also. Ich brauche eine Shisha. Ich gehe jetzt auch gleich Shisha-Rochern, wenn ich fertig bin. Macht es gut, liebe Leute. Schlaf gut und vielen Dank. Und, äh, Fruchtgummis. Ihr kriegt Fruchtgummis von mir. Komm mal, nochmal. Ja, ich kann machen, was ich will. Komm mal, so, ich nehme die einfach, ich nehme die einfach. Und dann bin ich auch. Was ist los? Was ist los? Was ist los?